Willkommen zurück zu einer neuen Runde YouTubers Live Guck mal, hier oben Wir haben einen wütenden Kommentar bekommen Mann, ich bin sehr sauer Und wir haben einen Skillpunkt bekommen Wir können Ja man, mehr Likes Ich will, dass die Leute liken Ich bin likegeil Kein Scheiß, ich will Likes haben Like das Video Präsentation von Art of Yuck Bis 31. März Achso, das kommt jetzt erst German Mopped Published Präsentiert irgendwas, okay Ich glaube, auf die Präsentation Müsst wir heute hingehen, oder? Das ist der 31. März Kann ich jetzt einfach so hingehen? Ah, ah, es geht los Es geht los, es geht los Okay Warte, wir können uns Einkleiden Okay Unsere Kleidung hat Statuswerte Das ist irritierend Für eine YouTube-Simulation Ich verstehe es nicht Ey, warum kann ich eigentlich Nicht mit dem Rad hier hochscrollen Hm Wenn ich ja keine Brille tragen will Wenn ich ja keine Kette haben möchte Was für mir Ohrringe auch scheißegal sind Egal, wir sehen perfekt aus Wir sehen aus wie so ein richtiger Erinnert mich gerade irgendwie so ein kleines bisschen An die Außenseite Hör ich ehrlich Wenn die Mütze und diese Runde Brille Nicht auch nur eine Brille Hm Art of Yuck Willkommen auf Präsentation von Art of Yuck Ich bitte um aufwesert Ja Das ist ein Strategiespiel Und wir werden es auf Dahl-PC rausbringen Aha Oh Gott Was ist das denn für eine Scheiße Die Presse-Version des Spiels Bekommt eine Wertung von Gut Das Game wird am 2. April zu einem Preis von 60 Dollar veröffentlicht Verdient Ist ja gut das Spiel Ne, aber warte Ich geh jetzt nicht mehr hin Egal Klatschen wir einfach wie ein paar Irre Ach ne, genau Das war so So klatscht man Ja Oh wir haben Die Erinnerung Dass wir ein bisschen bezahlen sollen So Ich würde mal sagen Wir suchen uns mal ein paar Freunde Hm Wer von denen ist dann cool genug Dass wir mit denen abhängen wollen Ich meine Wenn wir uns mal angucken Wir sind ja schließlich Nicht die Größten Versager Hier auf der Messe Nicht wahr Guck mal Ein kleines Mauerblümchen Mal erst mal Profil ansehen Was kann die denn? Level Kontakte Ah, die kennt Kronk Warte mal Ist Ashlyn nicht unsere beste Freundin? Die kennt Ashlyn Wir sind Freundesfreunde Das muss gut werden Äh Was kann die denn überhaupt? Gaming Sie ist eine Gamerin Und reinzufriedigerweise Dass wir bald Mitarbeiter brauchen Für den Bereich Gaming Hä? Aha Komm, mehr reden Lass mal Freunde werden Alter, das ist so unheimlich Wie die Synchronen Einfach die gleichen Geräusche machen Ich weiß, dass es nur so Ein, zwei Frames Voneinander versetzt Das ist so unheimlich Aha Wir können uns jetzt Gegenseitig Bekannte nennen Vielleicht sehen wir uns demnächst Bitch Please Du Bist meine Neue Mitarbeiterin Dafür müssen wir ja gut Miteinander auskommen Aber das wirkt so schlecht Go Komm, mehr reden Aha Wo ist eigentlich unsere Lieblings-Tussi? Ist sie nicht hier? Ist sie nicht fame genug Um mit uns abhängen zu dürfen Auf der Party? Auf der Präsentation Anscheinend ja Nicht So, die nächste Stufe Der Freundlichkeit Freundschaft Ist Ist Durchbrochen Ein Freund für dich zu haben Ist großartig Ich bin sicher, dass der Anfang einer guten Freundschaft wird Der Mann bin ich aber auch So, wir wagen den nächsten Schritt In unserer Beziehung Wir dürfen flirten Mal gucken, ob das gut geht Nein Nein Will man ein Geschenk geben? Alter Die Alte ist käuflich Oh, scheiße Je nach dem Blick ist es soweit Wir haben eine sehr gute Freundin gewonnen Das und das geht einfach nicht weiter Und 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 Wir können sie daten Aber ich quatsche erst einmal mit dir Okay Wir sind an der Grenze Mehr geht nicht Weil ich glaube Oh Das ist so lieb Ah Können wir jetzt mit dir flirten? Ne Okay Flirten ist nicht Ich will nicht mit dir reden Ich will sie direkt umarmen Boah Jetzt weiß Zieh sie mich ab Wollte ich wieder meine Pluspunkte bei jedem wieder sammeln Damit die mich wieder mag Ah Scheiße Noch vorher Vlog Hallo Lustige Begrüßung Wir sind gerade auf einem kleinen Eventi Die ist voll hübsch Und da ist ein Wer ist dieser Kerl? Wer ist eigentlich diese Tussi da? Ah Das ist ein klasse Kommentar Guck mal wie scheiße die Alte aussieht Guck mal Die hat so schön Schlitten Wer ist dieser bärtige alte Mann? Noch ein kassier Kommentar Gott Das selber bin übrigens nicht ich Die Alte schiebt sich nur ständig auf die Kamera Deswegen Gibt es einen unnötigen Kommentar Niemand mag sie nämlich So Und wir gehen jetzt in den Übergangsschwarze Lassen wir unser Vlog Weiter Mein Gott Ich werde es zu Hause bearbeiten Und ich muss weiterhin Freundschaften schließen Rennt doch nicht weg Wir müssen doch wieder Freunde werden Ich habe es schon viel zu lange nicht mehr gesehen Ah Sie sind wieder Freunde geworden Ist ja so schön Gut Wir haben einen neuen Sexsklaven Ich meine Videobearbeitungssklaven So Für die Presse posieren Danke du kannst nun gehen Du bist noch nicht wirklich bekannt Halt die Fresse Ich bin bekannt als du Ja wer bist du? Niemand weiß wer du bist Du bist nicht mehr anklickbar Ach ja Dann wollen wir doch mal Unser ersten Vlog Um schneiden Nicht wahr Los geht's Wir haben glaube ich Alles dafür Ach doch nicht Okay Muss ich das echt neu eingeben Hier Ah okay Vlog Ähm Ich unter lauter Verliere Ich glaube ich habe es falsch geschrieben Es ist mir aber egal Ich bin besser als die Oh guck mal Was für einen Übergang wir hier haben Ist ja super Ist ja so Und das war es Scheiße Ähm 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 Ja Ist alles scheiße geworden Ah Vlog verwerfen Kamera war schlecht Ton war schlecht Und die Leute Die waren Grocken hässlich Sowas wollten wir da nicht zeigen Deswegen haben wir uns Dafür entschlossen Und entschieden Wir machen das nicht Nächstes geht der Übergang Schwarze ganz gut Money time Den Titel kriegen wir noch rein Und dann war es auch schon Rendern dauert nur 20 Stunden Ich brauche vielleicht mal so langsam Einen neuen Computer Das scheiß Ding kann gar nichts So Oh Level up Im Videobearbeitung Das ist ganz okay Liebt es Abonnenten Ahoy Und Passt ein Level up So Was habe ich bekommen Feierlicher Schrei Ja Was machen wir jetzt Ich bin verschlafen Guten Abend Gute Ah ja gut Zwei Sekunden Schlaf Ist mehr als genug Mehr wäre Verschwendung Es war einfach rein Zeitverschwendung Gut Wir haben noch Ein Energy Drink Den essen wir mal Ja wir essen Den Energy Drink Und ab jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Geld Ich kenne den nicht Der PC muss noch arbeiten Scheiße Ich habe es gewusst Essen wir halt Brot und Wasser Ja komm Lass ihn arbeiten Brot Mehr essen Mehr essen Mehr essen Das war ein lang erwartetes Spiel Für die Honey PSP Wir wollten Ich wollte ja ein Ähm Quartiere Oh Gott Immer diese blöden Inakzeptabel Sprüche Ah Wir brauchen Konsolen Und zwar Brauchen wir Die Honey PSP Oh Gott Das scheiß Ding ist so teuer Weil wir wollen ja ganz gerne Ähm Geh weg alter Was bist du für eine dumme Bitch Ich kaufe mal die hier So dann können wir nämlich damit mal ein paar Videos machen Und dann Wir sind Weit weg vom ersten Das heißt wir brauchen keine Sorgen uns zu machen Für Ähm Wollt ihr das Spiel nochmal März 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 Februar Wir sind April Ach die sind ganz unten Die neuen Spiele Ich dachte die werden Sortiert Und zwar richtig sortiert Was für scheiß Spiele Gut Würde ich sagen Wir kaufen das trotzdem mal Wo war's denn War das Adir Nein Das war Neji Ah genau Wir haben 120 Dollars Für die 120 Dollars Können wir Uns Ich kann nichts leisten Monitor Maus Webcam Wir können sie den PC davon reparieren Ach scheiß Äh Man muss erst investieren So Die alte hat mein Computer kaputt gemacht Schon wieder So reparieren Für 20 Dollar Shit Arbeiten Wir brauchen ein bisschen Wir brauchen ein bisschen Dafür geben wir mal ein bisschen Wir haben einfach keinen Oh guck mal Öffnen Unsere neue Spielkonsole ist da Wir gehen jetzt noch ein bisschen Geld verdienen Der PC geht jetzt durch die Zeit Der verbrennt einfach Während wir nicht da sind Wir haben keine Wir brauchen mehr Geld Fuck Wir sind wieder da So Reparieren Wir essen Wir gehen schlafen Und dann Wie geht's Wir haben heute eine Party Ich bin sicher dass du ein bisschen Spaß brauchst Kommt Okay ja Party Party time Party Aber zuerst Schlafen Was ist denn die Party Dann nicht Dann nicht Mal hier oder Ah Jetzt ist Party Ey Wollt ihr nicht zur Party gehen Ach nee Das war die andere Bye bye Niemand mag dich Ich will keine Party mit dir feiern Du bist doof Ich suche mal neue Freunde Mein Papier nicht Mach mein Papier nicht mehr kaputt Jedes Mal Immer wenn ich dich sehe Wie du mein Papier drangehst Immer machst du alles kaputt Wir suchen einen Gamer Wir haben einen Koch gefunden Der kann gar nichts Das ist ein Normalo Die da wollen wir nichts zu tun haben Denn wir sind was besseres Als die wir YouTuber Der kann nichts Der kann nichts Haben wir den schon gehabt Ja Gott ey Nur Verlierer hier Oh Junge Keiner mag euch Immer noch kein Gamer Profil Hallo Das ist alles Level 1er Verlierer Guckt euch diese Verlierer mal an Keiner von denen kann was Die müssen erst auch ausgebildet werden Ich suche hier zukünftige Mitarbeiter des Monats Und die sind nur Level 1er Noobs Wer bist du? Du bist meiner, ne? Komm, wir tanzen mal ein bisschen ¿Viebben? Da ist ein Gangnam Style Ob, 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 ob Ah, klar Ja, ey Wieso tanzt du nicht besser als das Ketchup Song? Das ist besser Wieso können die hier alle nichts? Kannst du was? Der ist auch nichts Dann, dann machen wir jetzt ein Vlog Wir können gerade eh nichts für Gaming ausgeben Hallo Keine Vlogs heute Okay, dann eben nicht Gut Dann müssen wir die eben ausbilden Wer von denen hat denn das mögliche Zeug Zu einer echten Wucht Ich glaube, ich habe unseren Kandidaten gefunden Bist du eine Frau? Fuck, du bist eine Frau Ja, genau Einfach raus Einfach auf den Monitor klicken Und auf den Desktop geschmissen werden Da haben wir Rized Den wollen wir nicht haben Wir wollen ganz gerne ein Game haben Ich suche mal Dreadlocks Dreadlocks, Dreadlocks Wir sind also in dem Game noch nicht in der Zeit Wo Dreadlocks in sind Und so den typischen Gronka Hoffentlich auch nicht André Kontakte Ganz ehrlich Ich glaube Mitarbeiter des Monats Muss da wohl einer werden Den wir bereits kennen Warte mal Unsere Mitbewohnerin ist eine Gamerin Ich glaube Auch wenn wir eine Frau sind Dürfen wir uns sehr gerne Mit hübschen Mädels Umgeben Nicht wahr? So Ich verschwinde von hier Alles so glücklich Klingt gut Klingt gut Ich glaube wir bleiben bei Energy Drinks Ja tschüss Jadon War nicht schön mit dir Ich kannte dich eh nicht Der kommt mir So Ich will jetzt meinen Energy Drink Ich hab ihn verdient War ein harter Tag Ich musste mit Leuten reden Soziale Kontakte pflegen Das war ermüdend Alles rein damit Schade dass es nicht wach macht Gut Haben wir irgendwas zu tun Playstudios 2 Playstudios 2 Haben wir Vielleicht gucken wir mal kurz Ob wir uns einkaufen können Machen wir endlich mal wieder ein Gaming Video Schade soziale Kontakte Die sind viel zu schlimm Zum 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 machen und so PSP Wird immer ein beliebter Spiel April 1. 4. April Wir sind am 7. April Ach wir können uns das wieder nicht leisten Die sind alle so teuer hier Müssen wir wieder Gaming Videos machen Von Spielen die wir schon haben Na gut Mal weiter sehen So Was haben wir denn hier zur Auswahl Wir haben ein Das ist eigentlich immer noch Ja Machen wir einfach das Gameplay Ist immer noch beliebt Ist ein Dauerrenner Genau wie Minecraft Nur eben nicht ganz so gut Ach ja Wir haben ja eine neue Kamera Gibt uns einfach so viele Render Plätze Minus 18 Minus 18 Du Scheiße Ja komm Das lohnt sich aber trotzdem Gutes von gestern Das wird auf jeden Fall ein Hit Sag ich euch Nicht nur irgendein Hit Das Video geht viral Das schwöre ich euch Lade Spiel Ernste Begrüßung Willkommen zurück Zu was auch immer Du hast deinen eigenen Highstore geschlagen Lustiger Kommentar War nicht gut Dieses Label ist mir schwer Sarkastischer Kommentar Das spielst du so einfach Mörderischer Blick Auch nicht gut Scheiße Was machen wir jetzt Inaktiver Interaktiver Mörderischer Blick Hallo Ich will dass das Video Viral geht Eine Zusammenfassung Des Spiels wird angezeigt Übergang schwarzer Ende Weiter Du verlierst Abonnenten Du musst Videos machen Ich mach doch Videos Ne man verliert keine Abonnenten Wenn man keine Videos macht Man verliert Abonnenten Wenn man sagt Dass man nicht das macht Was man sonst immer macht Dass man Änderungen haben möchte Dann hauen sie alle ab Weil das finden die Leute scheiße Was Dinge verändern sich Das will ich nicht Ähm Will ich die drinnen haben Wir hätten hier echt mal Einen perfekten Cut Wir lassen die mal so Okay Wir machen uns mal den Spaß Und lassen die mal wirklich so Oder ne warte Ich versuche das mal so zu machen So rendern 61% Naja Es ist so mittelmäßig Es gibt ein paar neue Rekorde Die zu feiern gilt Sehr schön Hochladen Und Gutes von gestern Braucht ein Weilchen Wir nutzen mal diese Zeit Und gehen mal wieder Ein bisschen arbeiten Weil das Geld verdient sich ja Nicht nur durch YouTube Videos Sondern mehr so durch Ähm Anschaffen gehen Und Schaffen gehen Und Malochen gehen Und den Rücken Buckelig arbeiten Und Money Time Neon Kid Freigeschaltet Ja Neon Kid Ist freigeschaltet Wir haben quasi Den Jackpot Es kann Es kann nicht mehr schief gehen Mit Neon Kid Wir sind in der Zeit Von Neon Kid Wir sind 2012 Oder 2011 Oder 2012 Ne Damit Mit Neon Kid Können wir es schaffen Mit dem Es kann nichts mehr schief gehen Wir haben es geschafft Nein 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 Wie bewegt dich Hallo Mein PC Dein Arsch Auf meiner Liste Aber nicht Auf der Liste Wo ich dich Meuscheln werde Nein Es ist der Auf der ganz anderen Liste Es sollte Wir haben nicht so viel Reden Sie könnte Es könnte sie Verstören Ich hatte Ich habe die Konsole aber nicht Kommt Direkt mal Das Gaming Video Wir sind gleich Am Ende Wir machen Nochmal Dieses Video Warum Wir haben Keinen anderen Dauerrenner Fortsetzen Ja Besseres Von Vor Gestern Mit Ein Wenig Schimmelpilz 2000 Abonnenten Dazu bekommen 30 Dollar Ist jetzt Okay Tanzende Begrüßung Die freut sich direkt Hauptmenü Ein professioneller Kommentar Ist eh nicht erwünscht Das Spiel Intro Ein kurzer Kommentar Und eine kurze Zusammenfassung Mit einem Gestohlenen Video Würde ich nicht machen Machen wir halt Einen sarkastischen Kommentar Passt sogar Oh mein Gott So schon Kurzer Ladebildschirm Erstes Spiel Lernen wie man spielt Ich kann das Eigentlich schon Kann ich nicht Oh da war der Motto Katze Schnapp sie dir Eine Zusammenfassung Oh wir haben ein Logo Outro mit Logo Hm Das kann sich sehen lassen Und weiter Komm jetzt Zeig uns Was du daraus machen kannst Tatatata Sollte es nicht Irgendwann mal ein Event geben Wo es ein Handy Vorgestellt wird Oder so Irgendwie habe ich da was verpasst Habe ich das Gefühl So Der Wechsel Hm Ich will Den und den nach hinten haben Das heißt Der kommt sogar hier hin Der muss leider da hin Und sieht das alles schon Ganz okay aus Und Oh Hm Nein Egal Ich brauche Videos Ich muss Videos machen Ich will die Abonnenten Wenn ich keine Videos mache Satan Ich sehe diesen Blick Der will was haben Es ist eine Motte Jeden Abend kommt eine Motte rein Die mindestens so groß ist Und die schnappt sich Diese Katze Notfalls auch mit meiner Hilfe So Jetzt noch einmal arbeiten gehen Für 40 Dollar Und dann machen wir Schluss für heute Die Abonnenten sind nicht zufrieden Ich verstehe gar nicht warum Es kommt noch neu dazu Ich will eine Z-Box 360 Um mich einmal im Kreis zu drehen Oh Ergebnis 71 Dollar Nein mal hin Da ist sie Schnapp sie dir Satan Soll ich euch helfen Mein Arm wird langsam schwer Wenn du das Bild runterschmeißt Dann bin ich wütend Ja Es ist Es fliegt hier eine Motte rum Okay Ich helfe meiner Katze Das Ding zu Ähm Holen Ich mache Pause Einladung zu einer Party Von Honey Okay Akzeptieren Wir brauchen die Nein Doch Präsentation Sehr gut Machen wir beim nächsten Mal Ich würde sagen Ich mache Schluss für heute Wenn euch das Video gefallen hat Freue ich mich sehr Über den Daumen Freue ich mich sehr Über einen Daumen nach oben Abonniert den Kanal Ich helfe jetzt der Katze Diese Motto zu kriegen Und wir sehen uns dann wieder Beim nächsten Mal Bis dann was zu gut Ciao